So Dede, hier sind wir mal für euch im Steinwasenpark und haben den Malerkundschaft dazu. Es lohnt sich absolut hierher zu fahren mit großen und kleinen Kindern, auch wenn man selber noch ein großes Kind ist. Man kann hier super spazieren. Man kann roden, leckeres Essen, was trinken. Für die Kleinen gibt es Kasperletheater. Also es ist echt eine schöne Sache. Also lohnt sich mal reinzuschauen. Es ist auch gut gelöst jetzt coronatechnisch. Also Maske auf jeden Fall mitbringen. Voranmeldung nicht nötig. Einfach vorbeikommen, Formular ausfüllen, Eintritt zahlen und rein und einfach darauf achten. Immer schön Maske tragen an den Stellen, wo man die Distanz nicht wahren kann. Aber sehr angenehm, weil alles halt draußen ist. Ist also wirklich so ein guter Hotspot für die jetzige Zeit. schon ansteigen. Ich geh! Und ansteigen muss man, schau mal. Ich geh auf da rein. Ich geh auf zur Koffel. Ich hab noch ein Schweiß. Was ist das? Schatz, ich habe das gesehen. Sie sind in Deutschland? Sind Sie echt, Mama? Mama, sind Sie echt? Sie sind ausgestopft. Ja, ja, ausgestopft. Das ist ein Luchs. Das ist so klassisch. Wie kriegst du das? Das ist aber angenehm. Hm. Das ist so klassisch. 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 Ich weiß nicht irgendwie. Was denn? Ob das normal ist, so eine grosse Kropf. Guck, guck, guck. Das wären sie. Guck, guck, guck. Guck, guck. Guck, guck. Guck guck. Das sind so fette Dinge und ich glaube, die sind voll überfrassen. Das ist so das System vom Seizug, weißt du? Jetzt kannst du einfach zu machen. Okay, das ist schon gut. Nein, hör aufschauen. Geil, da oben, da oben, da oben springen. Okay. Ja. 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 Ja.